Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Unglücksfolge Sins of the Silla Empires mit der Sins of the Silla Empires mit der Sins of the Silla Empires Rebellion. In der letzten Folge haben wir uns am äußeren Rand des Gravity Wells vorbeigeschlichen, um der Flutter des Gegners hinterrücks in den Rücken zu fallen. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir... Nein, ihr sollt bitte da... Das ist alles deaktiviert. Warum... Warum... Warum ärgert ihr mich? Und ihr sollt bitte alle dann... Die anderen bitte, danke, sollen denen angreifen. 8.000 HP hat er noch. Das geht ja relativ flott gerade. Wir sehen die ersten Gegner. Was machen? Die hauen die schon wieder ab oder was ist da los? Das sieht so aus, als würden die schon wieder... Oh, da ist die Titan weg. Nein. Was ist denn da gerade so schon explodiert? Hm, okay. Wir haben ein Level-Up. Der Titan dreht sich, um abzuhauen, Fragezeichen. Man erkennt das so schlecht, ne? Ne, es sieht aus, als würde er nur eine andere Breitseite in uns reindrehen. Wir machen mal schnell die Level-Ups hier. Ah, die anderen Schiffe auch noch, okay. Gut, 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 gut. Das soll uns egal sein. Äh, wir wollten ein Level-Up machen. Du kriegst natürlich eine Gauss-Cannon. Und du bekommst... Das ist unser... Hm, Moment, wer ist das? Doch, das ist unser Flottenanführer. Klar, klar, unser Flottenanführer. Ich hab grad, wer ist das? Hä? Okay, jetzt. So, äh, Titan sieht so aus, als würde der jeden Moment das Zeitliche segnen. Also der Gegner, die Titan natürlich. Viele gegnerische Schiffe versuchen rauszuspringen. Das sollten sie gerne tun. Hüpf, hüpf, hüpf. Da ist er weg. Sehr schön. Und wir können uns wieder drauf konzentrieren, ähm, unsere Flotten zu reparieren. Wenn ich sie denn mal... Ah, wie schön, da ist er. Raus mit euch. Wen haben wir verloren? Haben wir wieder irgendjemanden übernommen? Mh, nein. Gut, wir schauen kurz nach. 33 zu 20, also 9. Und hier dann schnell alles in die LRM-Frickets reinhauen. Die restlichen Punkte, die wir noch haben. Ich glaube, ihr müsst, solltet ihr sich bitte sammeln, dass ihr alle repariert werden könnt. So. Angriffsbefehl ist draußen. Sehr gut. Ihr, tja, setzt euch da einfach rein und repariert fleißig drauf los. Warten noch kurz, bis alles repariert ist und dann setzen wir uns auf die Starbase drauf. Auf wen schießt die? Natürlich, war klar. Was machst du da unten, Junge? Was machst du da, Heinz? Was machst du da? 700 hat er noch gehabt, HP. Jetzt hat er noch 600 HP. Da kommen auch die Raketen rein. 500, 640. Sieht so aus, als hätte er es überlebt. Sehr schön. Müssen wir nicht noch ein produzieren. So, meine Bomber bombardieren schon die Starbase. Wer hätte es gedacht? Verliert schon fleißig Schild. Hier sieht soweit alles ganz gut aus. Wir empfehlen ein paar Schilder. Das ist aber nichts, was jetzt gravierend oder kritisch wäre. Wir sind eigentlich soweit alle wieder voll. Perfekt. Klick. Und dann... Attack. Hep. Und ihr bleibt bitte da stehen. Keine Ahnung, was ich von euch machen soll. Ich schicke euch irgendwie einen Schleifen oder so. Einen Schleifen, guck mal, gibt es leider nicht. Moment, das ist eventuell unklug. Ich sollte sie hierhin schieben. Etwas näher an die Starbase ran, aber nicht in den Angriffsreichweiten der Starbase. Kann ich dann nämlich jedes Schiff, das ich zurückziehen muss, einfach hier reinsetzen, dann wird das wieder repariert. Starbase, genau, passt perfekt. Das sollte... Moment, Moment, Moment. Halt, 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 halt. Wo kommt die denn her? Oh, shit. Oh, Schande. Ach, du Schande sind das viele Bomber. Autsch. Carrier, 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 was haben die 20 Carrier dabei, oder was? Kann ich nicht Gruppen anwählen, geht bei denen, nicht? Scheiße. Bitte mal hier auf offenes Gelände. Danke. Ihr bitte auch da hin. Dann ziehen wir die hier in Schleifer. Wir müssen uns nämlich zuerst jetzt um die kümmern. Ach, du Scheiße, das viele. Raus, raus, weg von der Starbase. Weg, 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 weg. Haut ab. Warum sind die so langsam? Amor, minus irgendwas. Sag mal her. Current, Halbpons, lost, 50%. Anti-Mattery, moved, 100%. Eww, nicht so schön. Wie, jetzt schon? Welches? Sag mal her. Du da. Dann legen wir dich gleich dahin. Bude, 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 bude. Da haben wir ein Level ab. Oh Gott, jetzt haben wir hier gerade ganz schön Action. Wir müssen jetzt nämlich mit unserer Angriffsflotte zuerst einmal deren Capital Chips umschießen. Stufe 7. Oh Gott, da hinten steht Stufe 7. Und eine Stufe 4er danach direkt. Wir müssen jetzt erst den ganzen kleinen Kram hier weghauen, bevor wir uns wieder der Starbase widmen können. Jede Menge Level-Ups. Oh Gott, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier alles im Auge behalte. Jetzt wird es ein bisschen haarig. Von mir aus. Und von mir aus. Ich bin schon mal so vorausschauend und deaktiviere hier den Group Jump. Dass ich notfalls Schiffe sofort rausziehen kann. Ich muss mal kurz die Kamera drehen. Ich sehe nämlich meine HP-Anzeigen nicht wegen dem blöden Nebel da im Hintergrund. So, Schilder HP, Schilder HP, Schilder HP, läuft. Good. Sonst nur merken, die Düsen da hin und her. So, Skills können Sie ja netterweise auch benutzen, werden Sie sich bewegen. Der erste Stufe 7er ist so gut wie weg vom Fenster. Das war's. Jetzt geht's auf den 4er. Der andere Stufe 7er kommt gerade an. Den sollten wir also als nächstes in Beschlag nehmen. Also Umschalt-Rechter-Maus-Taste. Bam. Ähm, Schilde... Hmm, 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 hmm. Den ziehen wir mal vorsichtshalber kurz raus. und ansonsten sieht es so aus als würde ich hier alles glatt gehen sehr schön der stufe vierer ist gleich weg stufe vierer ist gleich weg 2000 peter noch und 1000 ja der stufe sieben ist jetzt ein reichweide die kann man danach angreifen passt ist dabei ist es weit weg läuft auch so ich hatte doch eben wir hatte schon eben geschickt ich das war was zu tun du gehst okay du bewegst dich das ist ein ordner dem geht es jetzt auch nicht so gut den schicken wir auch mal dahin dann stufe vierer ist auch weg haben wir noch den stufe sieben nach vor uns sehr schön dann beim 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 kann schon gibt mir was zu staunen sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut schilder sind weg 3.700 hp noch 3.800 hp noch 2.800 sehr schön was mache ich meine forschung darf wird fleißig drauf losge- muss moment wieso habe ich gerade keine militär labor mehr ich bin etwas verwirrt lesen den mann bitte warten bitte warten bitte warten bitte warten welchen planeten welcher planet wurde hier angegriffen dass meine ich habe acht und acht da müsste ich doch eigentlich verstehe ich das gerade ich habe acht militär labore und acht zivillabore weshalb kann ich dann bitte nicht verstehe ich das gerade nicht das ist mir gerade ein äußerst verwirrendes rätsel ist da was da ist leider alles besetzt ach stimmt mit unseren frickets dann brauchen wir doch hier noch was 1 ist ja nicht so als hätten wir noch genug platz ich weiß jetzt zwar gerade nicht warum die nicht gewertet werden immer noch nicht das habe ich auch noch nie dass mir obwohl ich die nötigen labore habe angezeigt wird sie würden fehlen das ist äußerst seltsam wenn ihr zufälliger weise wisst woran das liegen können das gerne in die kommentare schreiben wo gemerkt sieht so aus als hätten wir hier mittlerweile alles zu klump geschossen was klump schieße würdig ist jetzt geht es eigentlich nur noch darum den kleinen kram weg zu ballern hp laufen soweit ganz gut du kannst du wenn es immer noch kurz raus dir fehlen nur schilder und hat ein level level für den titan mehr rüstung mehr skill power du hast noch ein level ab du kriegst von mir natürlich die missile battery da passt wow ist aber viel level ab ach du schande schruttflinde daher hilfe streufe du gehst schon raus okay gut gut das war gerade sehr sehr kritisch aus ja warum nicht ein bomber einen bomber für die masse deaktivieren wir doch wieder das spiel hier vermutlich genau deaktivieren wir brauchen die antimaterie für andere sachen und selbst spiel hier der kann auch was tolles target friendly capital chips must be not self and not be invulnerable 180 sekunden bekommen so mehr schaden also teilen mehr schaden aus regenerieren mehr schilde sind schneller und beschleunigen schneller ja warum nicht das ding kann ja sonst doch nichts ne so der gegner versucht zu fliehen wir ihm natürlich hinterher ich würde immer noch gerne wissen warum hier meine meine schilde auch meine schilde mein labor nicht gezählt werden jetzt sind sie wieder alle da das ist doch seltsam ich könnte mir höchstens vorstellen dass ein planet einer meiner planeten von einer superwaffe getroffen wurde die die laborer ausschaltet das könnte eventuell noch sein habe ich bisher noch nicht drauf geachtet ob sowas gibt gut wir schießen hier noch ein bisschen was oder ist noch ein neues capital chip aufgetaucht neuen stufe vierer jeder da drauf meine güte man hätte ja nur power search of great magnitude es bin detected das ist die schießen hier unglaublich ich habe gerade mal ein so ding gebaut ne 1 wir können noch wir brauchen keine robotics cruiser wurden zerstört aber ganz viele lm frickets also neuen lm frickets feuerfrei ok 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 da sind wirklich nicht mehr viele da gut hier passiert jetzt nicht nichts mehr groß spannendes ich werde wieder meine 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 rüstung meine hp und meine schilder generieren und sobald die regeneriert sind sehen wir uns wieder bei dem angriff nummero zwei angriffsversuch nummero zwei auf die argonef starbase ich bedanke mich an dieser stelle also wieder einmal recht herzlich bei euch dass ihr bis zum ende zugesehen habt und wenn euch die folge gefallen hat würde ich mich über eine kleine aufmerksamkeit in form eines kommentars und oder likes freuen wir schauen dem gegner beim flüchten zu ich verabschiede mich von euch bis zum nächsten mal ciao ciao euer ben